So, Freunde, jetzt warten wir einfach mal ab hier. Ist gerade nicht spannend für euch, ich weiß. Vielleicht fällt uns irgendein Thema ein, was wir diskutieren können. Sturzi ist online. Wer ist online? Sturzi, oh. Sturzi. Oh, ja, jetzt ist er in der Eingangshalle. Er kommt gleich hoch. Wetten? Oh, haffentlich nicht. So, Leute, sieben Sucher und noch zwölf, die sich verstecken. Zwei Minuten und 20 Sekunden noch. Mit was können wir denn reden eigentlich? Weiß ich nicht. Ich finde ja... Na gut, ich wollte gerade sagen, wir müssen die Kommentare suchen, aber... Ja, mit beiden momentanen Abonnenten, da kommen nicht so viele Kommentare. Aber wenn ihr Themen habt, die wir ansprechen können oder ich ansprechen kann, gerade für solche Let's Plays, wo man ein bisschen chillen kann, wo... Wo ich sag jetzt mal das Bild, ne, dass man sieht, nicht so spannend ist, wie das, was wir labern, dann schreibt das in die Kommentare, ne? Wenn ihr ein Team habt... Was ist das Twitter, ne? Äh, Twitter hab ich nicht mehr. Ah. Ich soll dir das mal löschen. Oh, 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 oh. Was los? Oh, ich stand gerade genau, einer genau vor meinem Gesicht, aber der leckt so hart, dass der wird einen Schritt macht, wird den Zweifel zurückgepackt. Und deswegen spackt der hier gerade ganz komisch rum und hat mich in Ruhe gelassen. Bro, da kommt ein Sieger. Was sieht, dass er so macht, dann macht er den Jump'n'Run, oder? Oh, 9 zu 8, Alter. Oh, da ist wieder runtergefallen. Der steht 9 zu 8. Der geht wieder, ja. Ähm, paar haben geläftet, ne? No. Müschen keine Sieger sein. Das ist ein bisschen schade. Hast du auch so unten, äh, rechts, so ne, äh, so, rechts, Mitte, so ne Game-Eichen? Ja. Ich weiß gar nicht, was das ist, also, also, ja, Sieger Game-ID. Ja, genau. Ich weiß nicht, wozu, dass die nützlich ist, dass, äh, dass man das da sieht, weißt du? Weil, es muss ja irgendeinen Grund geben, warum man da die Game-ID sieht, da muss man ja was machen können, ne? Oh, 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 5 zu 8. Oh, jetzt, 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 noch eine halbe Minute, knapp. Oh, 4 zu 8. 24 Sekunden, noch 4 Heiders. Ich bin noch versteckt. Es kam in der ganzen Runde erst ein einzigster Sieger bei mir vorbei. Und der hat nur kurz in den Raum rein gelächelt und ist wieder gegangen. Ja, klar. In den Raum rein gelächelt. Ja, der kam, der hat in den Raum rein gelächelt und hat sich wieder verzogen. So kurz rein gefurzten, wieder raus. Äh, gefurzte eher weniger an Minecraft, aber. Ja, gut, gelächelt, genau. Gewonnen! Ja, gelächelt und dann, eine rausgedrückt. Ich bin das einzigste Bookshelf, oder? Äh... Flowerpot, Flowerpot und... No? Ja. Noch ein Leaf und, ja. Bookshelf und dann zwei Flowerpots. Ja, genau. Ich muss mal hier die Leute ausblenden. Äh, das war David. So. Ähm... Hide 9? Ah, wird zu spät sein, oder? Nee, rein. Nimm Hide 1. Hide 1? Äh, Hide 1, ja, komm ich. Pam. So. Ähm, ja, du bist hier. Erstmal gucken im Chat. Animal Village kenne ich. Before Space auch. Town Square auch. Bora Bora kenne ich noch nicht. Sag mir die Nummer. Die 4. Ja. Wir müssen mal wissen, der hat schon 4 Votes. Ich kenne eigentlich alle Maps, aber... Ähm, es hieß da... Äh, es gebe neue, ähm... Ne? Ah, ich zock's relativ selten. Halten Siegmöps. Ich zock's wirklich selten. Ich hab's früher gesuchtet, aber seit, äh... Seid auf dem Server, ne? Arbeit und so, Supporter, etc. Boah, fuck mich mal. Aber es macht fun. Ich mach's gerne. Ja, ich auch. Ich liebe ja den Server, ich liebe unser Team. Wo hat der jetzt so'n... So'n... Äh... Wie sagt man dem? Ja. Äh... Ventil oder so. Weißt du, wo du da aufdrehen kannst und dann kommt Wasser raus. Ja. Wie nimmt man das? Schon wieder. Hä? Ja, ich hab's auch vergessen. Oh, lol. Wasserhahn! Ja, Wasserhahn, aber der hat da oben so'n Pinökel, wo du trinken kannst und dann kommt das Wasser raus. No, Wasserhahn. Ich glaub, das war vorhin gar noch nicht da. Denk ich mal, den senk ich mal, ich seh's grad nicht. Dieses Kreuz um, das war noch nicht da. Glaube ich. Das glaube ich auch noch nicht. Die haben hier im Raum, äh, neue Sachen hingestellt. Bora Bora! Jetzt weiß ich natürlich nicht, welcher Block hier am besten ist. Äh... Merkbank, Redstone Land, äh, Melone. Melone? Achso. Ich nehm den Blumentopf. Ich nehm den Ofen. Okay. Mal gucken, was das für ne Map ist. Die bauen so geile Maps. So, mal gucken. Äh, ich seh ja nix. So, wie ich seh. Oh, ja, das ist eine... Oh... Alter, ist das geil. Das sieht aus wie so ne Ferieninsel, ne? Gefällt der Biken aber auch krass auf, hä? So, jetzt muss ich gucken, dass ich da... Ja, und da hast du ne Treppe. Ja, und ich hab einiges geiles Versteck für den Ofen. So, ich geh mal... Wow. Geil gemacht. Ich soll jetzt springen... Aber das Beste ist, was du machen kannst, eigentlich ins Wasser gehen. Alter, geile Hütten hier, ne? Das Wasser, was hier nicht existiert. Alter, der Schriftzug war so breit, den konnte ich noch nicht mal lesen. Echt? Bei mir schon. Übel. So, wir sitzen da hinterher aus. Da, ist Blumentopf frei, ne? So, mal ein bisschen warten. Na, ich will sehr ungern in eine Sackgasse reinlaufen. So. Ich will sehr ungern in eine Sackgasse laufen. Da sind wir. Alter Schelf. Okay, ich höre hier Geräusche. Alter, geile... Map. Habe noch nicht alles gesehen, aber... Holla, holla. Die Sieger geben Gas. Echt jetzt? Oh. Ich sollte diese Map öfter spielen, habe ich wieder... Ich habe von allen Maps, die ich kenne, habe ich so ein Grundwissen, wo die besten Verstecks sind, wo das die meisten sich verstecken. Ich habe auch so, so Haupt, also Stammverstecke. Nicht Baumstammverstecke, wo man dann als Baumstamm hingeht, sondern so Stammverstecke, ne? Weißte. Oh, der flach, ey. Wenn du PC stattest. Ja, aber da kannst du auch das Häkchen rausnehmen. Das habe ich mal gemacht, weil das mir übelst auf den Sack ging. Ich ne. Okay. Kommt wahrscheinlich gleich rein, dann kann ich mit ihm dann auch noch... Inspiration. Inspiration, genau, aufnehmen. Ja, guck, da kommt er schon. Ja, also... Ich move ihn mal zu den anderen, ne? Schade, ist zu spät. Ja, hat er schon selbst gemacht. Wow! Alter, sieben Heiders, lebst du noch? Wie kann... Wie kann man bei diesem Spiel bitte hacken? Äh... Ich hab... Liegen auf dem Server geht nicht, Print geht auf dem Server nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Ich hab keine Ahnung, wie man da hacken kann. Eigentlich bringt ja keinen Vorteil eigentlich. Ja gut, vielleicht gibt's ein Hack, so ein Plugin, oder wie auch immer man das nennen möchte, wo du halt die Blöcke irgendwie rot blinkend oder irgendwas angezeigt wird, welcher Block jetzt ein Mensch ist. Ja, genau. Ich weiß aber nicht, ob das in dem Game funktioniert. Könnte, wenn das funktioniert, wär richtig mies. Und das wär... Asozial, ja. Würd ich mal ausprobieren. Können wir ja mal machen, nachher. Aha, nein, nicht ne Aufnahme. Nein. Ja, ja, in der Aufnahmepause. Also, liebe Leute, ne? Ich hacke nicht. Ich bin da... Ich auch nicht. Ich hab... Ich bin da Poren rein. Ja, ich auch. Ja, können wir ja nach der Aufnahme ausprobieren, Mami. Mann, ich will da bloß gucken, ob das geht. Ich hack sonst auch nicht. Und das weißt du. Ah, das stimmt. Oh, oh. Nein, 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 ich hab geh-hated. Weg hier. Ge-hated? Ge-hated. Ah, geh-hated. Ge-hated. Ge-hated. Ge-hated was? Ja, er hat von mir abgelassen. Bei mir stehen drei... Bei mir stehen zwei Leute. Vorher waren es irgendwie drei Leute im Raum, die sehen mich nicht. Also, das ist... Wir sind drei Leute. Nicht schlechtes Versteck hier. Es sind drei Leute hinter mir her und ich hänge alle ab, ey. Hier. Julo-Master. Oh, hier vorne ist noch einer. Hallo, Julo-Master. Da kommt ein Ofen. Es sind vier hinter mir. Hä? Das bin ich. Ich rennte ein Ofen gerade im Kreis und hinter ihm sind drei Sieger? Äh, ja, zwei. Ah, da vor mir ist einer. Und da ist noch einer. Oh. Pisst euch. Ich bin irgendwie vorbeigerannt. Noch eine Minute, acht Sekunden. Noch fünf Hiders. Ey, ich renne die eine Minute weg. Äh, gib Gummi. Haha. Oh, ich wurde gepostet. Wieso hast du eigentlich dein Name geändert? Weil ich kann. Ich fand den alten Scheißer. Also, was heißt Scheißer? Aber mir ging es halt auf die Nervengrößen. Halbes Herz. Halbes Herz. Halbes Herz. Halbes Herz. Scheiß mit Huss. Ach, Mann. Hey, ich bin locker eine Minute weggelaufen. Scheiß, jetzt weiß ich, wo ich bin, eigentlich. Nö, weißt du nicht. Ich bin nur daneben, denke ich mal. Das kann man schaßen mehr in einer halben Minute. Zweifel, dass ich den Weg dahin zurückfinde. Das Eis da vorne ist. Das ist ein Aquarium. Da vorne. Wahrscheinlich nicht von dem Weg dorthin. Ah, da sind wieder zwei. Bepi. Nein, nein, du siehst mich nicht. Nicht in den letzten zehn Sekunden. Ah, guck an. Da ist der Destroyer. Ah, kalt. Hä, wo bist du, Alter? Kalt, wärmer, ja. Äh, eiskalt. Hä? Das Spiel ist zu Ende, Freundchen. Na, wo bist du? Na, wo warst du? Ich war in der Hütte. In der Hütte? Ja. Hä? Wo? Hä, sag ich nicht.